Tachchen, ihr Fußballnasen, ich nehme euch heute mal mit ins Fußballcamp. Könnt ihr mal schauen, wie es hier so ausschaut. Es gibt eine kleine Backstage-Tour bei uns auf dem Gelände. Jo, willkommen beim KSV. Hier ist unser Trainingsgelände, auch öfters mal fürs freie Training halt. Dort kann man uns auch gerne zuschauen. Da kann man mal einen Kaffee trinken oder was anderes. Die Sauna und Wellness- und Fitnessbereiche haben wir auch natürlich hier. Wir kommen aus Kassel. Wir sind hier gerade im Trainingcenter und ich nehme euch mal mit in die Kabinen, damit ihr mal seht, wie das hier ausschaut, was es hier alles so gibt, was man hier so machen kann. Jo, und hier trainieren wir regelmäßig unsere Fußballeinheiten und noch vieles, vieles mehr. Und wir nehmen euch jetzt einfach mal ein bisschen mit durch die Hallen. Jo, diesen Weg entlang geht es Richtung Umkleidekabinen, Duschen, Hallentraining und so weiter. Alles, was wir da so brauchen, das finden wir da in verschiedenen Bereichen. Jo, und so sieht halt eine Umkleidekabine mit ihren Duschen aus. Nicht gerade toll, aber okay.